In einem fernen Land, weit weg von allen Imbissbuden, wächst ein kleiner türkischer Junge auf. Tarkan, Herr des Dschüngels. Der kleine Tarkan wird von einer Affenmutter entdeckt. Als Tarkan älter wird, zweifelt er an seiner Identität. Tarkan, was machst du da? Warum bin ich anders als die andere Alte? Weil du nicht von hier bist. Darum. Nein, mir sagt sie, gibt's weit und breit. Mir sagt sie, gibt's weit und breit. Kein Döner. Ja, aber Gyros und Melonen. Gyros? Halt still. Ich hasse Gyros. Das weiß ich doch. Aber weißt du, was wir machen? Wir machen dir einen riesigen Döner mit rotem und weißem Kraut, Tomaten, Zwiebeln, viel Hammelfleisch und alles in einem großen Fladenbrot. Mit alles, komplett. Na, Tarkan, was würdest du dazu sagen? Sechsfünfzig. Tarkan wird erwachsen. Aber er hat weiterhin nur eins im Sinn. Döner. Doch die gibt's im Urwald nicht. Ah, ah, Tarkan, es gibt keinen Döner. Ah, lecker Döner. Das ist kein Döner. Das ist eine Honigmelone. Ha, ha, sieht aber aus wie Döner. Hallo, Tantchen. Hast du was dagegen, wenn ich Tarkans Döner nehme? Melone. Hast du ein Problem, Alter? Gib Melondöner. Gib her, oder ich werde Popstar in Deutschland. Dann lernt Tarkan Jane kennen. Oh, schicker Döner, schicker Döner. Oh, schicker Döner, schicker Döner. Er entschließt sich, sie zu retten. Aber dafür muss sie seine Frau werden. Ich habe mich entschlossen, dich zu retten. Aber dafür musst du meine Frau werden. Kannst du Döner machen? Schon nach kurzer Zeit sind die beiden unzertrennlich. Jane, komm rüber, mach Döner. Oh, das kann ich nicht. Was heißt kann ich nicht? Hast du gesagt, du kannst? Gib zu, dass du rüberkommst. Ich habe Hunger. Und hör endlich auf zu schreien. Los, gib sein Dönerwetter. Siehst du, Dönerwetter. Wird Tarkan seinen Döner bekommen, erleben sie einen wunderbaren Film für die ganze Familie. Tarkan, ab Dönerstag im Kino.